Moin YouTuber, ist der Burstfilmer und Sonder! Fürst der Finsternis! Bei Castle Crashers auf der Playstation 3! Part 9! So, wir befinden uns jetzt hier gerade in einem feindlichen Alienraumschiff, in einem Spiel, wo es primär eigentlich um Ritter geht. Genau, man sollte nicht diese Elektrostiebe berühren. Die öffnen wir jetzt, indem wir nach vorne diesen Generator zerstören. Ist ja okay. Und wir machen uns erstmal nach links auf, wo ihr da nämlich die Entwickler des Spiels als Gimmick sehen könnt. Aha! Ihr könnt ja nichts machen, ihr könnt ja ein bisschen gucken, euch erfreuen oder sagen, ja toll. Das sind ja voll die Nerds, ey! Sehen die scheiße aus! Okay, ich kenne dieses Level schon, denn dieses Level hat am Ende eine Besonderheit, da müssen wir uns ziemlich beeilen. Ja? Das wird sehr interessant mit Sonntag im Schlepptau. Langsame. Ich kenne ja auch nichts dafür, dass ich das... Denn es ist eine Art Hindernisparcours am Ende, die man auch in einer Zeit, die wirklich knapp bemessen ist, bewältigen muss. Aber okay. Wir waren jetzt immer noch nicht im Shop einkaufen, ne? Ne. Ja, super. Das ist jetzt relativ simpel. Ja. Und zwar müssen wir die Aliens besiegen. Hier gibt es einen Trick. Man stellt sich hier oben hin, wo ich stehe. Ja. Und haut einfach nonstop. Okay. Die Aliens schießen nämlich die ganze Zeit mit Lasern. Und wenn man sich da unten aufhält, hat man eigentlich keine Chance. Man wird nonstop getroffen. Wenn man sich hier hinstellt, kann man eigentlich ganz gut alle weghauen. Wunderbar. Hier kommen ziemlich viele Aliens. Das dauert. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir oben in der Ecke stehen, sondern das ist einfach so. Ist ja voll tricky, ey. Ich finde, du bist ja total der Fuchs. Ja, danke. Ja, ich war, als ich das mal alleine gemacht habe, sehr gemervt. Und ich dachte, ey, Mann, du bist ja immer getroffen. Hier, ich kann das ja mal zeigen. Und dann hast du das gespoilert im Internet, oder wie? Oder hast du das selbst? Ne, ich habe das ehrlich gesagt selber mir so rausgesucht. Obwohl, ich werde hier unten jetzt gerade auch nicht getroffen. Wahrscheinlich, weil die alle heiß auf Sonntag sind. Okay. Boah. Ich wurde gleich getroffen. Die Aliens halten auch alle nur einen Schlag aus und droppen eigentlich auch hier Früchte zum Essen die ganze Zeit. Also das ist ja auch gut machbar. Alles klar. So, jetzt habe ich mit dir noch ein bisschen zu tun, wie es aussieht. So, okay. Jetzt fängt es auch gleich schon an mit diesem Hinterlassparcours. Okay, das Ding wieder zerstören, oder wie? Ja. Jetzt kommt ein kleiner Film und wir müssen sofort nach rechts laufen. Schon wieder auf Toilette, oder was? Genau, der Gefangene hier, den haben wir jetzt mal eben befreit. Der haut jetzt eben ab. Leider können wir nicht so abhauen wie er. Dieses Tierchen ist cool. So, und jetzt Gas geben, Gas geben, Gas geben. Okay, okay, okay. Zack, zack, zack. Hier vorne, gleich mit Fernkampfangriff, diese Dinger ich kaputt machen, dass wir durch können. Okay, und weiter. Schnell die Typen weghauen. Und weiter. Bisse. So, und jetzt hier möglichst nicht getroffen werden. Aber schnell rüber. Nein. Nein. Ja, komm, gib Gas, Mann. Nein. 20 Sekunden noch. Ja, du bist jetzt so weit vorne schon. Warte doch mal. Baa. Mann. 8 Sekunden. So, hier schnell durch. Das schaffen wir nicht mehr, oder? Hoch. Achso, oh. Hier rum. Oh, oh. Ah, da vorne ist die Tür gewesen. Okay. Echt? Ja. Neuer Platz frei. Haben wir das Level geschafft? Also, ich weiß nicht, ob ich es noch rein geschafft habe. Kann sein, dass es... Wir werden es ja gleich sehen. Vielleicht müssen wir es nochmal machen. Aber... Achso. Einmal Level ab. Was war das dort? Verteidigung. Ich mach mal auf Verteidigung. Okay. Wolle. Ah, wir haben es geschafft. Oder? Ja, war doch klar. Oder... Ne, ne, doch nicht. Doch nicht? Ja. Aber das Level geht ja eigentlich recht fix, ne. Das war ja wirklich... Ne, haben wir nicht geschafft. Aber du musst wirklich schnell und gut durchkommen. Ja, ja. Jetzt weiß ich... Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Alles klar. Hoffe ich. Weil wenn man ein paar Mal getroffen wird, ist es schon echt ultra knapp mit dem Weg. Okay, jetzt wieder die Aktion hier. Ach, die schon wieder? Ja. Ja, ist voll nervig, ey. Ja, ist egal. Gibt es ganz gut XP wahrscheinlich, oder? Weiß ich noch nicht mal. Mal gucken. Wenn mir dann mal jemand kommen würde. Kann es aber haben, ne? Relativ gut XP. Kann man ja darauf achten. Du nutzt dir hier alles weg und lässt mir gar nichts üben. Vielleicht schlacken. Ah, ich wurde gerade getroffen. Scheiß Mais-Aliens, ey. Echt, soll das Maisköppel sein, oder? Sieht irgendwie ein bisschen aus, so, oder? Moin, ein bisschen. Na ja, also, machen die nicht immer hier in Maisfeldern ihre komischen Kornkreise? Ja, ja, daran habe ich auch gerade gedacht, aber mir ist das Wort Kornkreis nicht eingefallen. Na ja, genau. Ah. Das ist auf jeden Fall echt nervig hier. Also, es hält einfach nur auf. Es ist ja nicht besonders schwer, diese Helds zu besiegen, ne? Dadurch, dass sie auch so viel Lebensenergie droppen, ey, kann einem hier echt nichts passieren. Okay. Okay, alles klar? Okay, jetzt kommt wieder der Gefangene und dann... Oh, scheiße. Ne, buddeln musst du hier, glaube ich, nicht. Ja, jetzt war der falsche Knopf. Ja, jetzt war der falsche Knopf. Ne. Hm. Hm, 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 hm. Bö, 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 bö. Hat aber ganz gut trainiert im Gefängnis. Guck mal, da oben hängt so ein, äh, als hat man es zu kurz gesehen. Ach so, ich bin ja... Alter, jetzt hängt der da fest, ey. Schon volle Zeitverschwendung hier. Ähm, hier ist so ein Duftbäumchen hingen da vorn im Auto, weißt du nicht? Diese billig Duftbäumchen. So, komm, 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 komm. Okay, so, wo ist das jetzt hin? Was ist das hier? Fuck. Warte, renn nicht so schnell, Mann. Von hier nachher. Nein. So. Ja, schnell eben ziehen, sonst können wir nicht weiter. Okay. Oh nein, ich hab... den falschen Weg erwischt. Warum gehst du denn den falschen Weg? Oh nein, schon wieder nicht geschafft. Nee, aber irgendwie... Wie soll man das denn machen? Oh. Kacke, hätte ich nicht den falschen Weg eben erwischt, ey. Oh doch, wir sind auch rausgekommen. Yeah. Sauber, ey. Hab ich das geschafft, oder was? Ja, hallo, ich hab's auch geschafft. So. Bisschen reiten. Oh cool, die können Kugeln spucken, oder was? Ich bin irgendwie voll schwul auf so'n Vieh zu reiten. Zack. Lama-Rotze. So. Okay. Also die Typen besiegen, ne? Weil die Skorpione kommen unendlich. Ja. No, no, no. Boah, ich verliere immer den Überblick, ey, wo ich gerade bin, verdammt. Boah, ey, die können sich in Wirbelstürme verwandeln. Nein. Was soll denn das sein? Die Alibabas, oder was? So. Ja, teilweise durch die vielen Gegner und die Effekte und so hast du schon recht, ey. Es ist schon ein bisschen unübersichtlich. Finde ich auch. Ah, verdammt. Wobei, ich weiß, im Einzelspieler ist das noch ein bisschen leichter, oder? Weil das ist nicht mehr ganz unübersichtlich, oder? Mhm. Jetzt stellen wir vor, du spielst das mit vier Leuten. Achso, das geht ja auch bis zu vier Leute, ne? Mhm. Alter. Okay, den müssen wir jetzt einholen. Kein Ding. Holt's längs. Mach echt geradeaus. Hahaha. Gibt's hier gar nichts zu botteln, doch da oben, guck mal. Komm, 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 gib Gas, gib Gas. Scheiß drauf. Was wird's? Ich dachte, das macht so'n Spahn. Ja, ich hab schon die Trophy. Ach, rüber. Ja, ja, Alibaba ist gleich weg. Jo. Fuck. Was ist er denn? Tot. Achso. Gab ein neues Haustier, aber ich hab mir mein altes wieder geholt. Warum das? Bei meinem Haustier... Gib mir zusätzlich hier Erfahrungspunkte. Wah. Gib mal ab. Ah. Ah, ich auch. Scheiß Skorpione, ey. Voll übertrieben gekillt. Yeah. Yes. Und drinnen in der Sand, ruhig, oder was? So, hier zum Beispiel, wo ich jetzt stehe, da könnte man ne Bombe legen und dann kannst du diese Katze, die du da hinten siehst, als Haustier, legen. Oh, cool. Jetzt haben wir gar keine Bomben dabei, oder? Nee, aber kann man sich ja merken, kannst du einfach... Der Abschnitt, den kannst du manuell auswählen. Ja, ich belebe dich gleich wieder. Der beginnt, glaube ich, genau hier. Also du kannst einfach hier reingehen mit einer Bombe und das eben holen. Und dann direkt wieder raus. Ja, cool. Oh, oh. Fast tot. Du hast auch keinen Trunk mehr, oder was? Ja, ich hab gerade den letzten genommen. Das ist ja nicht so gut. Koffer. So. Herzrhythmusmassage, oder? Ja. Ja, ich hab dich richtig geübt, ey. Ja. Alter, diese Dicken sind so scheiße. Aber zu viel kann man die richtig gut einfrieren. Verdammt, ey. Ich geh die ganze Zeit aufs Maul. So, einer ist down. Und der andere raus, ey. Die kleinen Babas hier besiegen. So. Riesensandschaufel. Sandburg hier. Okay. Weiter geht's. Alter, was geht mir? Wow. Na, warte. Fass. So. Oh, Mann, ey. Was trifft der immer mich? Alter, trifft mal Zonta, ey. Zurecht? Oh, fuck. Ja, toll. Das kommt dabei raus. Ey, du bist ja auch gleich hoch. Ja, ey. Ich bin auch gleich down, Mann. Ey, stimmt, Mann. Das sieht nicht gut aus. Oh, Mann, ey. Komm, einer noch. Oh, Mann, ey. Die nächsten Endboss, den kriegen wir noch nie gebannt. Wow. Wow. Jetzt glaube ich, hinterher ist auch einer. Ach, getroffen. Hast du noch im Leben? Nein. Nee. Jetzt händler sich. Woop. BAM. Voll reingehör. Arschlich. Oh, fuck. Warte mal mehr Lebens in der Lange. Klauen. Mal pinnen. Oh. Voll mit Magie weggebring. hier läuft grüner ridder war schon hier aber hier scheint es zu ende zu sein wir müssen gleich mal manuell irgendwie aufs hauptmenü oder so zugreifen ich bin da und ich muss wieder beliebt werden und das war's leute nicht geschafft den kann man jetzt zocken wenn man will ja dass man den laden gehen und dann lass uns würde ich sagen im nächsten plan versuchen das nun mal irgendwie gebacken zu bekommen das klingt richtig gut wo ist denn der shop hier nicht genau wir gehen jetzt erstmal einkaufen leute ganz schnell und ist ja eine bombe kaufen ich würde sagen ich kaufe mir auch eine bombe alles klar denn oder wie sieht's aus ja genau leute wir sehen uns direkt im nächsten part wo wir an der stelle mit dem haustier starten denn da beginnt das level meine ich und dann gibt's die katze oder dann gibt's aufs maul auf jeden Fall so leute tschau